Also die DFG ist ja eine Förderorganisation, die unilateral und auch multilateral in der Zusammenarbeit mit RFFI Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlermobilität finanziert. Das ist eine wichtige sozusagen auch im Vorfeld von längerfristigen, größerformatigen Kooperationen geübte Praxis. Aber das eigentliche Ziel unserer Förderinteressen ist im Grunde nicht nur die Förderung von Wissenschaftlermobilität, sondern das ist die Förderung von definierten gemeinsamen bilateralen Forschungsprojekten. Und da können und wollen wir sehr viel mehr tun, als wir bisher schon getan haben. Und zwar im ganzen Spektrum der wissenschaftlichen Disziplinen. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn es gelingen könnte, im Bereich dessen, was im DFG Deutsch Internationale Doktorandenkollegs heißt, wenn wir also in der bilateralen Förderung von Institutionalisierungsformen der Förderung des promovierender junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn wir dazu mehr Projekten als denen, die es bereits gibt oder in der Vergangenheit gab und auch zu langfristig tragfähigen, langfristig sich entwickeln können Kooperationsformen kommen. Das sind Perspektiven, von denen ich mir vorstelle, dass wir sie teilen, dass sie in unserem gemeinsamen Interesse liegen und dass wir alles tun sollten, diese Perspektiven in der nahen wie in der mittleren Zukunft zu entwickeln. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.